hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von singularity ja wir haben ja hier die ganzen pappnasen jetzt in die ewigen jahrgründe geschickt und jetzt müssen wir mal schauen wo wir hier durch können okay mal schauen was hier hinter der tür wieder auf uns wartet okay da ist schon mal eine leiter wo wir hoch können so schön wir können natürlich nichts nehmen ja warum auch was haben wir hier energiezelle das ist gut dann haben wir hier eine kiste auf und munition jawohl das ist gut so dann wollen wir hier mal hochgehen special soldaten war nein wir laufen die ganze zeit hier mit einem schälmesser siehst du ich brauche keine waffe keine waffe was haben wir denn da feines die waffe sie können der nützliche hammer automatik kanone schwere kanone mit einem automatischen ladesystem in verbindung mit einem 100 schussmagazin unübertroffene feuerrate für intensive kämpfe das ist genau das richtige was wir jetzt brauchen so schauen wir mal was immer hier aber da haben wir noch was energiezelle die nehmen natürlich mit schwuppli wupp na super verschlossen vielleicht pass ich ja durch diesen schacht helfen sie mir hoch recht recht hoch hätten okay machen wir doch mal danke bitte 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 bist du schwer ich kann sie wohl von der anderen seite öffnen cool ist lange her seit jemand hier war schauen wir uns erst mal um ich glaube ich sehe was echt nee da will ich jetzt da lang renko hier ist ein schaltpult ich schaue ob es funktioniert ja bestimmt funktioniert nicht das war klar etwas muss die tür von der anderen seite aus blockieren glauben sie sie können sie öffnen wir probieren das einfach mal aus ob wir das können das wissen wir noch nicht aber schauen wir mal hören wir uns das mal an der verdammte damitschef und seine experimente wir sind jetzt nur noch zu dritt und haben kaum noch lebensmittel und munition ich kann nicht anders als diese kreaturen zu bewundern weil sie so tödliche kampfmaschinen sind ich kann mir nur vorstellen was die sowjetunion hätte erreichen können wenn man diese experimente sicher unter kontrolle gebracht hätte der wirsten hätte hilflos dargestanden aha okay wir nehmen uns erst mal die sachen hier mit aber dass die mit chef ein eben etwas blockiert die tür von der anderen seite dieser typ war das war schon klar oh verbesserer was können wir denn verbessern zerstörungswunder ja das nehmen wir doch mit hier können wir nichts mehr machen nee oder warte mal halt so setzen sie e99 technologie ein um bestimmte zmg kräfte zu verbessern okay dann machen wir mal den impuls gut waffen waffen können unsere waffen verbessern nein ich will nicht nein ich will nicht tauschen so was haben wir denn hier waffentechnologie 3 magazin ja ja da haben wir noch eine das geht natürlich nicht okay dann lassen wir das auch wie es ist oh oh was mag wohl hier draußen auf uns warten nix gut das können wir sowieso nicht mitnehmen ich glaube dass wir nehmen wir das mit oder nehmen wir es nicht mit wir nehmen es mit besser ist das gucken wir mal wo wir hin müssen voll hoch voll wo geht es denn hier weiter hallo 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 gute aber dränke das war's sehen sie da ist die bahn wir müssen zum antrieb folgen wir dem bleib und scheiße vorsicht dränke hallo so nicht tschak bisse danke tschak cera habe ich dir dass die körper hier vorliegen die klöten geschossen der ist echt mein freund dann spreng ich mich mal eben in die luft schon wieder so ein spack wir sollten mal ganz schnell energie nehmen wow wie viel hält denn der aus der typ schwede der ist aber ganz schön stabil der typ das ist die frage wie können wir ihn treffen ja voll in die moppe ich glaube die haben wir erledigt alle jetzt wo müssen wir hin gute frage nächste munition nehmen wir auf jeden fall mit so mein freund so nicht so aber nicht ja mache ich sofort immer mit der ruhe nur nicht hitzen nicht hitzen alter mann ist kein gezug okay jawohl nehmen wir erstmal alles hier mit und dann geht's los spacken werden sie kathleen oh scheiße wir sind tot was war denn das für ein kack jetzt kinders was soll denn der mist hier ich glaube ich spinne oder jetzt gibt es aber auf den arsch alter voll auf die moppe gekriegt ja das wird jetzt glaube ich etwas schwierig jetzt müssen wir gucken dass man den vorbeikommen so du spacko habe ich dich mal eben in die ewigen jahrgründe geschickt war aber wir müssen uns beeilen Das war's für heute. so das ist meine waffe und jetzt geht es los hier wir müssen uns echt beeilen wo müssen wir hin, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin oh scheiße so mein freund so aber nicht oh kacke wir sind schon wieder gestorben boah was geht hier die luci ab wir kriegen heute nur auf die fresse so nicht mein freund so so okay So, jetzt gleich haben wir es, glaube ich, hoffe ich mal geschafft. So geht das, mein Freund. Da gibt es direkt mal richtig einen auf die Glocke. Wow. Scheiße, wir sind schon... Das gibt es doch gar nicht. Wir sterben hier heute dauernd. Das gibt es doch nicht. Also das ist heute nicht unser Tag. Ach, aber jetzt gibt es einen auf die Glocke. Oh, mein Freund. So aber nicht. So, jetzt nur ganz schnell hier einsammeln. Okay. Und los geht's. Wir haben noch 299 Schuss. Ja, ich komme ja gleich. Umblick. Immer mit der Ruhe. Nicht hetzen. So, jetzt ist es noch nicht. Wow. Wir sind schon wieder abgekackelt. Ich glaube, das war heute das 25. Mal, dass wir schon wieder gestorben sind. Jetzt, aber, jetzt ist aber mal Schluss mit lustig hier. Ja, jetzt ist es noch mal ein Bestes. Wir müssen es. Boah, leck mich doch in eine Däschte oder gib es doch gar nicht. Wir kommen hier überhaupt nicht in die Pötte. Wir sterben ja hier am laufenden Band. Wir müssen noch an den Spasten hier vorbeikommen. Alter, wo kommen die denn alle her? Boah, das gibt es doch gar nicht. Nee, das ist ja wohl mal voll für den Arsch. So, jetzt machen wir hier an der Stelle, glaube ich, erst mal. Nein, wir versuchen das jetzt noch ein einziges Mal. Aber das gibt es doch nicht. Also, wir müssen auch den T-P-MV gekillt kriegen. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und jetzt ist ja noch einer. So, den haben wir auch geschafft. Wow. Da oben steht noch einer von uns. Oh ja, Schluss hier mit lustig. Okay, den haben wir erledigt. So ein Superspast. Gesundheit voll. Okay, wie kann man jetzt da hoch? Sie haben Catherine verloren. Ja, das ist doch mal eine super Sache. Das hieß ja von uns, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wa? Okay, das lassen wir. Okay, dann bei uns war. Okay. Alter, was ist denn hier los? Okay, das ist doch mal. Er ist doch mal. So. Zier erfüllt. Okay. So. So, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Nach langem Hin und Her. Hier eine neue Bioformel. Okay. Das war schon ein heftiger Fight hier. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir dann hier weiterkommen. Okay. Vielen Dank.